Hallo, mein Name ist Fabian Walz, ich bin Monteur bei der Firma Lämmermann und ich zeige Ihnen heute die Montage unseres Spannrahmens mit Federstiften zur Anbringung in die Rolloschiene. Als Werkzeug benötigen Sie einen kleinen Hammer, einen Akkuschrauber, einen 5 mm Bohrer. Nehmen Sie den Spannrahmen und drücken ihn auf einer Seite des Fensters an die Rolloschiene. Nehmen Sie auf der Gegenseite die Federstifte und ziehen sie zurück. Halten Sie dabei den Spannrahmen und ziehen ihn zu sich heran. Lassen Sie die Federstifte wieder los. Mitteln Sie den Spannrahmen oben und unten am Fenster aus und klopfen Sie mit dem Hammer auf die Federstifte. Somit haben Sie eine kleine Markierung an der Rolloschiene vorgenommen. Stellen Sie den Spannrahmen zur Seite. Nehmen Sie Ihren Akkuschrauber und einen 5 mm Bohrer und bohren die Markierungen an den Rolloschienen. Setzen Sie den Spannrahmen ans Fenster zwischen die Rolloschienen und lassen Sie die Federstifte in die gebohrten Löcher einrasten. Somit sind wir mit der Montage des Spannrahmens mit Federstiften zur Anbringung in die Rolloschiene fertig. Testen Sie zum Schluss noch die Funktion Ihres Rollos. Zum Aushängen des Spannrahmens müssen Sie auf einer Seite die Federstifte anziehen und dabei den Spannrahmen nach außen drücken. Jetzt können Sie den Spannrahmen aushängen.